Hallo, du möchtest als Anfänger den Würfel lösen lernen? Dann zeige ich dir, wie du das so einfach wie möglich mit der sogenannten Aufzugmethode machen kannst. Von den Aufzügen kommen wir später. Schauen wir uns zuerst den Aufbau des Würfels an. Innen schaut das Ganze so aus und diese Mittelsteine geben dir immer an, welche Farbe es ist. Das hier wird die weiße Fläche, das hier wird die grüne Fläche, das hier wird die rote Fläche. Mittelsteine haben immer eine Farbe. Es gibt auch noch Kantensteine, die haben immer zwei Farben und Ecksteine, die haben immer drei Farben. Achte beim Lösen immer darauf, welche Farbe oben ist, weiß oder gelb. Achte auch immer darauf, welche Seite oder Kante, dass ich gerade vorne halte. Jetzt noch zur Lösung. Wir lösen zuerst die erste Schicht oder erste Ebene, dann die zweite Schicht oder zweite Ebene und am Schluss machen wir den Würfel fertig mit der dritten Ebene. Im ersten Schritt möchten wir nun ein weißes Kreuz herstellen. Dabei müssen die vier weißen Kantensteine zum weißen Mittelstein. Aber Achtung, auch diese Farben müssen jeweils zusammenpassen. Als Hilfe bietet sich an, ein sogenanntes Gänseblümchen zu machen. Dabei macht man alle weißen Kantensteine auf die gelbe Seite oder zum gelben Mittelstein passend. Such dir einen weißen Kantenstein, egal welche Farbe er noch hat. Und wenn es dir möglich ist, dann drehst du ihn einfach herauf. Wenn er in der unteren Ebene liegt, so wie dieser hier, dann kannst du ihn auch möglicherweise einfach heraufdrehen. Aber achte darauf, es könnte sein, dass sich dort schon einer befindet. Dann drehst du den weg. Zum Beispiel hier oder hier oder hier. Eine Möglichkeit wäre, dass der Kantenstein so liegt. In diesem Fall drehen wir uns die vordere Ebene, Achtung, nicht jetzt drauf drehen, sondern erst die obere Ebene wegdrehen und jetzt einbauen. Der schwierigste Fall ist, wenn ein weißer Kantenstein schon heroben ist. Bring ihn weg von oben, dreh die obere Ebene und bring ihn auf der anderen Seite wieder herein. Wenn du das Gänseblümchen fertig hast, hältst du oben den Würfel und drehst die unteren beiden Ebenen so lange, bis diese Farbe und diese Farbe hier übereinstimmen. Wenn du das hast, drehst du die vordere Ebene 180 Grad oder zwei Schritte weiter. Dann gehst du entweder nach links oder nach rechts und probierst das gleiche noch einmal. Hier ist Orange, Rot, Grün, Orange und 180 Grad nach unten drehen. Nächster, Blau, Orange, Grün, Rot nach unten drehen. Und einen haben wir noch, Grün, der passt zufällig schon, herunter drehen. Und jetzt hast du das weiße Kreuz. Das hier wäre übrigens kein richtiges weißes Kreuz. Hier sieht es gut aus, aber diese beiden passen nicht zusammen. Jetzt ist es an der Zeit, zwei Zugfolgen zu lernen. Sie sind allerdings wirklich leicht. Stell dir vor, das hier ist ein Aufzug. Der Aufzug kann rauf fahren oder der Aufzug kann runter fahren. Und das hier ist ein Männchen. Das Männchen geht zur Seite, der Aufzug kommt, das Männchen steigt ein und fährt wieder runter. Das sind schon die vier Züge, die wir für den ersten Algorithmus brauchen. Wir nennen ihn den rechten Aufzug. Also Männchen geht auf die Seite, Aufzug fährt rauf, Männchen steigt ein, Aufzug fährt runter. Rechter Aufzug. Linker Aufzug geht genauso. Das Männchen geht weg, der linke Aufzug fährt hinauf, das Männchen steigt ein und der linke Aufzug fährt hinunter. Du kannst das mit den Fingern machen. Übe das jetzt so lange, bis du wirklich beide Algorithmen auswendig und gut kannst. Rechter Aufzug, linker Aufzug. Wenn du diese Algorithmen kannst, dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Schritt 2. Wir lösen die gesamte weiße Fläche oder erste Ebene. Dabei bauen wir mit Hilfe unseres Algorithmus unsere vier Ecksteine ein. Dabei können drei Fälle auftreten. Fall Nummer 1. Weiß schaut nach rechts. Fall Nummer 2. Weiß schaut nach links. Fall Nummer 3. Weiß schaut nach oben. Wenn Weiß nach rechts schaut, dann hältst du den Würfel so, dass dich Weiß anschaut, also auf der linken Seite. Und jetzt machst du den linken Aufzug. Männchen geht weg, Aufzug kommt, Männchen steigt ein und steigt ein. Aufzug fährt runter. Und du hast ihn eingebaut. Zweiter Fall. Weiß schaut nach links. Dann hältst du den Würfel so, dass Weiß rechts ist und dich ebenfalls anschaut und machst den rechten Aufzug. Männchen geht weg, Aufzug auf, Männchen steigt ein, Aufzug runter. Dritter Fall. Weiß schaut nach oben. Linkshänder machen den linken Aufzug, Rechtshänder machen den rechten Aufzug. Und zwar dreimal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und du siehst schon, du musst wirklich diese Algorithmen gut können, sonst schaffst du das ja nicht. Wie gehst du jetzt konkret vor? Such dir einen Eckstein in der oberen Ebene. Zum Beispiel Weiß, Rot, Blau. Und dreh den ganzen Würfel so lange, bis du zwischen Rot und Blau zu liegen kommst. Und jetzt überlege. Der Weiß schaut in diese Richtung. Das heißt, ich brauche den linken Aufzug und eingebaut. Ich suche mir den nächsten. Der ist Orange-Blau. Zwischen Orange und Blau Stellen. Hier ist der rechte Aufzug gefragt. Was ist, wenn du keinen Stein mehr in der oberen Ebene hast, den du gerade benötigst? Du baust dir einen von unten aus. Du suchst dir einfach irgendeinen Stein und baust ihn mit dem gleichen Algorithmus ein. Automatisch baut sich der andere Stein aus. Damit hast du die erste Ebene fertig. Pausiere jetzt das Video und übe so lange, bis du diesen Schritt wirklich gut kannst. Damit kommen wir zu Schritt 3. Wir wollen die zweite Ebene lösen. Das sind nur vier Kantensteine. Die Kantensteine, die kein Gelb beinhalten. Dazu suchen wir uns in der oberen Ebene Kantensteine, die keine gelbe Farbe aufweisen. Wir halten uns wieder die obere Ebene und drehen die unteren beiden Ebenen so lange, bis diese beiden Farben übereinstimmen. Hier Rot-Rot. Den Würfel so, dass sich dieses T nun ansieht. Und wenn dieser Stein nach links gehört, hier gehört er nach links her, wäre hier grün, müsste er nach rechts. Hier ist er aber blau, folglich gehört er nach links. Wenn es nach links gehört, dann fangst du mit dem linken Aufzug an. Dann drehst du dir den Würfel, so dass dich weiß wieder ansieht. Und dann machst du den gleichen Aufzug, den wir vorher gehabt haben, nämlich in dem Fall den rechten Aufzug, um weiß wieder einzubauen. Und wir bauen gleich das Pärchen ein. Rechter Aufzug und gelöst. Wie geht es weiter? Orange-Grün, grün nach links, linker Aufzug und rechter Aufzug. Rot-Grün, zu rot drehen. Jetzt ist es zuerst der rechte Aufzug und dann der linke Aufzug. Falls du keinen Kantenstein mehr in der oberen Ebene findest, dann sind noch welche verkehrt eingebaut. Jetzt nimmst du einfach irgendeinen Kantenstein und baust ihn hier ein. Linker Aufzug, rechter Aufzug. Jetzt hast du automatisch deinen Kantenstein ausgebaut. Zur richtigen Farbe stellen, in dem Fall nach rechts, also rechter Aufzug, linker Aufzug. Und dadurch baust du möglicherweise auch andere falsche Steine aus. Und damit bist du mit Ebene 2 fertig. Pausiere jetzt das Video und mach das so lange, bis dass du diese beiden Ebenen ganz alleine und sicher und schnell lösen kannst. Jetzt geht es zur dritten Ebene. Zuerst das gelbe Kreuz, dann alle Ecksteine an die richtige Stelle, dann alle Ecksteine so, dass gelb oben ist. Und im letzten Schritt kümmern wir uns darum, dass auch noch die Kantensteine an die richtige Stelle gehen und dann ist dein Würfel fertig. Das gelbe Kreuz. Wir betrachten nur die Kantensteine, die Ecksteine sind uns vorerst egal. Es können folgende vier Fälle auftreten. Entweder nur ein Punkt oder eine Linie oder ein L oder das ganze Kreuz. Das kann natürlich auch sein, dass dein Punkt so aussieht, dass andere gelbe Steine auch noch da sind. Aber das ist uns vorerst egal. Wir konzentrieren uns nur auf die Kantensteine. Jetzt zum Algorithmus. Du lässt die Uhr um 15 Minuten nach vor wandern. Dabei öffnest du diesen Slot. Und jetzt unser rechter Aufzug. Und die Uhr geht wieder 15 Minuten zurück. Und das, was du jetzt siehst, ist, dass du hier eine gelbe Linie erzeugt hast. Also dieser Schritt. Wenn du die gelbe Linie erzeugt hast, hältst du sie von links nach rechts. Die Uhr wieder öffnen. Und rechter Aufzug. Einmal Uhr wieder schließen. Dann bist du beim L. Das hältst du immer so, dass es nach links hinten schaut. Oder die Uhr gleich offen lassen. Jetzt habe ich es wieder geöffnet. Und unser rechter Aufzug ein letztes Mal. Und jetzt hast du das gelbe Kreuz. Damit bist du mit diesem Schritt fertig. Abo nicht vergessen. Nächster Schritt. Jetzt stellen wir die Ecken an die richtigen Stellen. Diese Ecke ist an der richtigen Stelle. Gelb, Rot, Blau. Bei Rot, Blau. Diese Ecke ist nicht an der richtigen Stelle. Gelb, Grün, Rot gehört hier nicht hin. Hier würde Gelb, Orange, Blau hingehören. Das ist also falsch. Wir brauchen Algorithmen dafür. Sehen wir uns einen anderen Würfel an. Gelb, Rot, Blau ist an der richtigen Stelle. Gelb, Orange, Blau ebenso. Das bedeutet aber noch nicht, dass automatisch die anderen beiden auch richtig sind. Hier Gelb, Grün, Orange. Das passt. Und Gelb, Rot, Grün. Das passt auch. Das wäre das Ende dieses Schrittes. So. Was kann passieren? Du suchst dir die beiden blauen Ecken. Könntest du aber jede andere Farbe auch nehmen. Aber wir machen es mal exemplarisch mit Blau. Dabei kann es sein, dass sie entweder diagonal stehen oder wenn du es zu Blau gedreht hast, so, dass die Gelb, Blau, Rote Ecke bei Orange steht und umgekehrt oder dass die beiden an der richtigen Stelle stehen. Wir probieren es zuerst mit diesem Fall. Jetzt schaust du dir die beiden anderen Ecken an. Sollten sie richtig stehen, bist du fertig. Hier stehen sie falsch. Wir machen folgendes. Wir drehen uns die beiden richtigen Ecken nach links und machen jetzt unseren Aufzug auf der rechten Seite dreimal. Rechter Aufzug dreimal. Eins, zwei, drei. Weiß ist oben. Du schaust, dass weiß nach links kommt und machst jetzt drei linke Aufzüge. Eins, zwei, drei. Der Rest des Würfels ist wieder richtig und wir schauen, dass wir alle Ecken an die richtige Stelle stellen. Hier ist Gelb, Grün, Rot. Hier ist Gelb, Grün, Orange. Hier ist Gelb, Orange, Blau. Und hier ist Gelb, Rot, Blau. Wir sind mit diesem Schritt fertig. Wie sieht es aus, wenn Blau-Rot und Blau-Orange an den falschen Stellen sind? Dann könnte es sein, dass diese auch verkehrt sind oder dass diese schon richtig sind. Wenn sie verkehrt sind, dann musst du den Algorithmus zweimal machen. Wenn sie richtig sind, dann hast du hier schon zwei richtige Kanten. Die hältst du wieder nach links und machst wieder dreimal den rechten Aufzug, dreimal den linken Aufzug. Und jetzt müssen alle Ecksteine an der richtigen Stelle stehen. Wenn die beiden Blauen diagonal stehen, dann musst du den grundsätzlich zweimal machen. Dreimal den rechten, dann dreimal den linken, dann die beiden, die passen, richtig stellen, dann wieder dreimal den rechten, dreimal den linken. Und dann bist du mit diesem Schritt fertig. Vorletzter Schritt. Wir wollen alle Gelben nach oben bringen. Dann wären wir mit diesem Schritt fertig. Ich zeige dir wieder ein paar Möglichkeiten, wie der Würfel aussehen kann. Entweder es ist gar keine gelbe Ecke oben oder es ist eine gelbe Ecke oben. Es könnten auch zwei gelbe Ecken oben sein. So zum Beispiel. Oder auch diagonal. Was nicht sein kann, ist, dass drei gelbe Ecken oben sind. Wenn das passiert, hat irgendjemand bei deinem Würfel eine Ecke gedreht. Und du musst das mit der Hand machen. Aber wir lösen das natürlich nicht mit der Hand. Für diesen Schritt drehen wir unseren Würfel wieder um, sodass weiß oben ist. Und jetzt suche ich mir eine Ecke, wo Gelb auf der Seite ist. Dabei ist es egal, ob sie eher nach links sieht oder ob sie eher nach rechts sieht. Sollte die gelbe Ecke nach unten sehen, dann kannst du diese Ecke auslassen. Sie ist schon fertig. Und jetzt machen wir wieder unseren rechten Aufzug. Und zwar entweder zweimal, viermal, sechsmal, achtmal, zehnmal oder zwölfmal. Fertig ist der Würfel immer nach jedem sechsten Mal. Du wirst das dann auch gleich sehen. Achtung. Wenn Gelb vorne steht, brauche ich den rechten Aufzug zweimal. Einmal. Zweimal. Jetzt ist Gelb unten. Achtung. Würfel nicht verdrehen. Nicht den ganzen Würfel drehen. Nur die unterste Ebene. Wieder den rechten Aufzug zweimal machen. Erstes Mal. Zweites Mal. Insgesamt schon viermal. Ich drehe mir wieder die untere Ebene. Gelb schaut nach unten. Gelb schaut in dem Fall beim nächsten Stein hierher. Sollte bei dir Gelb schon unten liegen, dann drehst du den Würfel unten einfach weiter. So. Bei mir wieder zweimal der rechte Aufzug. Und du siehst jetzt, das ist das sechste Mal. Und der obere Teil des Würfels ist wieder hergestellt. Aber hier ist noch nicht gelb unten. Du siehst also, wenn man zweimal den gelben Aufzug macht, geht der Gelbe von rechts nach links. Auf diese Seite her. Und wenn ich es noch zweimal mache, geht er hierher. Wenn ich es noch zweimal machen würde, würde er hier sein. Also jetzt. Gelber, rechter Aufzug. Einmal. Zweimal. Untere Ebene drehen. Einmal. Zweimal. Und fertig. Also entweder sechsmal oder zwölfmal musst du diesen Algorithmus machen. Und dann sieht dein Würfel schon ziemlich gut aus. Gleich geschafft. Letzter Schritt. Wir kümmern uns um die Kantensteine. Es kann sein, dass entweder drei Kantensteine nicht passen. Eins, zwei, drei. Oder dass vier Kantensteine nicht passen. Eins, zwei, drei, vier. Sollten nur zwei Kantensteine nicht passen, hat jemand einen Würfel falsch zusammengebaut. Okay. Der Würfel ist, der Algorithmus ist ein bisschen anders. Bis jetzt sind wir immer zuerst auf die Seite gegangen und dann ist der Aufzug raufgefahren. Jetzt sind wir schon im Aufzug drinnen und müssen rauffahren und dann aussteigen. Achtung, Achtung. Das musst du dir verinnerlichen. Ich beginne, wenn alle vier falsch sind, dann halte ich den Würfel irgendwie und mache genau diesen sozusagen Rückwärtsaufzug. Rauf, aussteigen, runterfahren und drüber stellen. Das machst du sowohl mit dem rechten Aufzug als auch mit dem linken Aufzug. Achtung, zuerst rauffahren, dann aussteigen, Aufzug fährt runter und du gehst wieder hierher. Jetzt sieht das etwas komisch aus. Jetzt machen wir das gleiche wieder rückgängig. Wir steigen hier einfach mit dem ganz normalen rechten Aufzug wieder ein. Rechter Aufzug. Aufzug fährt rauf und Aufzug fährt runter. Und jetzt den linken Aufzug. Zuerst weggehen. Aufzug fährt rauf, Aufzug fährt runter. Das, was jetzt passiert ist, ist, dass sich irgendeine dieser gelben Kanten an die richtige Stelle begeben hat. Diese Seite, wo es richtig ist, hältst du nach vorne und machst den Algorithmus noch entweder einmal oder noch zweimal und dann bist du fertig. Also, zuerst Aufzug rauf, aussteigen, andere Seite, Aufzug rauf, aussteigen und wieder ganz normaler Aufzug rechts und ganz normaler Aufzug links. Ich muss es noch einmal machen, weil bei mir ist es jetzt noch nicht fertig. Also, zuerst Aufzug und dann aussteigen, Aufzug und dann aussteigen und jetzt rückwärts, also normaler rechter Aufzug, normaler linker Aufzug und damit hast du deinen Würfel gelöst. Ja, Abo, Like, vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Cuben. Jetzt heißt es üben, üben, üben und das Video nochmals ansehen, vielleicht auch andere Algorithmen lernen. Viel Spaß beim Cuben.